Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freunden, Bekloppten, Nachbarn, Pennern, Zombies und Verrückten. So, wir spielen mit den Pally zusammen, den Döner-Brot-Bubi, den Shindoruk, und den Zerschmelzer. Das musst du lauter sagen, die hört man ja sonst nicht. Wir spielen den schwulen Tariq, den durchgeknallten Six, den Jax, der zu viele Augen hat, die nicht-busige Jinx und den Clown in Harlequin-Kostümen. Nein, also den Creepy-Clown. Oder so. Gegen ein Plyschäschen-Timo, den Heimatzwinger, den K6, einen Malzaha, der in der Mitte wahrscheinlich dotten wird wie bekloppt, und ein Nasus, der auf keinen Fall Farm bekommen darf. So. Das wird klappen. Äh, ich freu mich schon so auf die Mitte. Juhu. Ja. Juhu. Ich hab gar keinen Bock auf Malzaha. Äh, okay, so, 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 so. Warte, wen haben wir denn oben? Jax oben, Jax oben. Die können, dass ich so, die Jax kommt nicht gegen zwei klar, sonst hätten wir einfach getauscht mal, das wärst du gewesen. Nee, das, ja, Jax kommt gegen zwei klar. Ey, spiel mal bitte Jax jetzt genauso wie Gangplank. Ach, es geht schon los. Scheiße. Wie, es geht schon los. Ich spiel Jax wie ich will. Wir haben vielleicht schon Frostblatt, und ihr seid nur nicht da, ey. Ähm, was soll ich jetzt erst, ist Stun oder hier, was willst du? Dann, hol dir den Stun, macht die Frostblatt. Nee, das ist eine ehrliche Antwort. Äh, Shaco fängt Blue an, braucht aber keine Hilfe, nur Projekte. Scheiße, ich hab Adi-Ruhen drinne, äh, Adi-Masteries, scheiße, nicht mehr in Support. Fuck it. Uh, da ist Mali. Ich fang, aber Timo ADC ist scheiße. Und Timer-Dinger-Support für Spaß, Botner. Äh, da kommt der Malzer, vermutlich so, ich war, war. Nee, nee. Oder erst bei mir. Also, Alix, hast du ein Heel oder... Ja, ich liebe meine Bomben. Mega. Stun, sicherer als Heel, als sonst der, der mich, äh, angreift. Yay, gay, 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 gay. Was haben wir morgen für einen Tag? Ehm, Sonntag. Ähm, Sonntag. Was, schon so, scheiße. Yay, Montag wieder Schule. Oh, nur noch zwei Wochen Urlaub, verdammt. Oh, verdammt, noch zwei Wochen. Oh, Mann. Ist schon halbwoch rum, verdammt. So, zweieinhalb Wochen Urlaub, okay. Ich hab womit ein Zocken-Ende. Ja. Oh, da war ein Wort. Ich glaube, unser Sheikus auf dem Gar. Hi. Viel Spaß da, ne? Der zerschmelzt, ja. Ich hab ja gesagt, viel Spaß. Warte, die haben, oh, Katzix wird aber nervig. Oh, ich bin auf die Malza. Die haben keinen ADC außer Ding. Das wird schon blockieren. Einmal Ding als Support ist ja wohl mega ätzend, oder? Nee, die, ähm, man, Timo Support. Nee, also Timo killt hier gerade die ganze Zeit die Creeps. Timo ist eigentlich, Timo ist ADC sogar von LOL selber gemacht worden. Wenn du magst, wenn einen eingibst, dann nix, Timo einstieg. Hey, Leute, du kriegst Gold. Ja, hab's gesehen. Aber ich fasse. Immer, wenn du das so machst. Weiß ich. Baba, du kennst den Malza gut. Äh, könntest du ihn mit Ziggs gut auscountern? Mit Ziggs? Ich kenn Ziggs nicht gut. Ziggs musst du einfach spammen. Das Problem ist, du musst spammen und treffen. Ja, mit Ziggs kann ich das. Ja, ist alles okay. Und du musst auffassen, äh, seine Pässe bekommt der Yamana sehr viel, wieder. Wer? Den Malza. So, weil ich hab Malza noch nie gespielt. So, ich bin fast schon tot. Den Malza finde ich auch, aber ich will schon langsam runter. Hey, Nasus, du bist gleich tot. Hey. Nein. Hey. Der Malza ist low. Der Malza ist schon low. Ey, Jungler. Peko, komm mal her. Hi, Katzix. Hi. Nein. Nein. Ich hab heute kein... Ihr Mr. Jungler. Ich hab kein Mana mehr. Danke. Schau mal da ein Wort rein. Schau mal da ein Wort rein. Der Malza ist jetzt ein Easy. Ah, was ist das, was ich für einen Support hat? Kein Wort. Da oben ist mein Wort. Ey, Katzix war gerade top, der könnte mir da kommen. Ich hab ihn gegnitet und jetzt ist er weg. Danke. Katzix müsste noch top sein, so wie der Nasus spielt. Ach, YOLO. Ja. Boah, was macht ihr denn? Da fängt mich schon sehr viel an. Äh, der ist... Dann... Jetzt muss ich den kriegen. Geht's denn Nasus nicht? Ich bin auch doch Mana. Ich hab's ja selber gemacht. Ich wusste ja, dass der Ding da ist. Ich hab's ja gesagt. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Er hat sich so angelächelt. Also, die Pfeile nervt noch was. Hätt's jetzt Mana, wäre der... Hier... Der Malz ist schon tot. Schade, ich hab keinen sofort mehr bekommen. Schade. Oh, Alec. Gut. Oder? Ja. Kann mir denn da mal Mana-Pots mitbringen? Was ist denn los? Ihr habt ja kein Vertrauen in mir, oder was? Äh, deine Passive. Sarik, ähm, gib dir Mana. Wenn du ein Spell machst und dann jemand... Ich bin der Six. Achso, Six? Braa... Bringen wir bitte Mana-Pots mit. Wo ist denn unser Jungler eigentlich? Hier gibt es zwei Free-Kills. Danke, übergangs behalten. Ja, guck mal zu mir. Du hast wirklich zwei Free-Kills. Guck dir die beiden an. Wenn ich auch dazu ein paar Qs und Wee dran feiere, dann haben wir die. Ich bin der letzte Sekunde eingesetzt. Ja. Jungler? Ja? Ja. Willst du noch eine Weile nach dir rufen, oder kommst du irgendwann freiwillig vorbei? Ich komme gleich. Ja, wenn der Tau down ist, ja? Äh, Nasus ist immer noch back. Willst du Stun-Sit-Tee oder noch? Komm, Schekko, du hast keinen Stun-Ready. Ich habe zu wenig Mana. Jetzt habe ich den Stun. Na, spart dir das. Bis Schekko hier ist. Hallo. Komm, komm, komm. Schekko. So, Zauberstab. Schekko, Schekko, und wo bist du? Du, ich komplett falle auf mich. Was macht die? Ja. Achso, Schekko ist noch gar nicht da. Nee, nee. Sag mir das mal. Warum hab ich auf dem Bot denn? Ach, Schekko chillt doch ganz sicher. Wawa brauchst du, äh, soll ich kurz die Bot-Safe mit dir? Oder du gehst dann auch back und ich save die Solo und der Six macht, äh, Schekko macht erst in der Mitte? Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Geh, Schekko, geh du dann mal über Bot. Nee, wie alt bist du? Ich frag mich, wo unser Jungler bleibt. Das ist die größere Frage. Der Nasus kann nicht fahren. Dann auch noch. Wir haben jetzt zwei Kills geschenkt. Ah, lalalalalalalala. Er stirbst doch. Ich hab nicht. Ich will gut. Mit Six. Ich mein den Jackson. Aber er ist noch grad noch so mit Ghost vorbeigehostet. Ey, hier mit der Jungler kannst du ja mit ein paar Wards kaufen und die da und da aufstellen. Also. Das kannst du auch selber machen. Nein, ich brauch. Es ist genug Geld. Nein, das kannst du selber auch machen. Das mach ich als mitlaner auch immer. Ich mach das immer als laner. Ich kann, äh, äh. Als Jungler kann man, sollte, kann man das, wenn man will, aber. Ja, das. Ja, das. Zum Beispiel als die Shin-Jungle. Das ist ganz, ganz nice. Ich töte den Minion, okay? Der Minion wurde getrunken. Den großen? Yeah, hab ich hier in der Mitte gemacht. Jaaaa. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwer, Leute, ne? Steht 1-5. Egal. Ja, drehen wir es einfach mal. Eben haben wir es ja aufgedreht bekommen. Und dann? Wir müssen es diesmal nur vollständig drehen. Ja, und nicht so halb gelassen. Ähm, ich glaub der, äh, KZX will auf verbot kommen. Kann er versuchen. Ja, er würde schon wieder wacker machen. Warum? Warum? Du hast nur mehr Minion, das gilt. Ja, ich guck. Ich guck. Gebt zurück. Gebt zurück. Die Schuld list. Boah, ich hab diesen Malte. Er kommt immer Full Life zurück. Äh Nasus macht Golems Ich dachte ja eigentlich das Ding hier zukommt, aber nö Ahlalalalalalalalala YAY Warum fache eigentlich jetzt meine Ulti Boah, ich bin gerade unter von Fuck Er hat die Scheiße gerade Hier ist ein Tower, hier sind zu viele Creeps, ich kann nicht hinterherkommen Fuck Ähm Heimerdinger Full-Bild macht überzettet den Schaden mit einer Ulti Mit den Raketen Was, Heimerdinger? Ja, wenn man hier richtig spielt, macht er Full-Bild überzettet den Schaden mit einer Ulti Auch was? AP Ja, welche Ulti? Raketen oder? Ja, Raketenulti Ich glaube Nasus hat Na, so es hat kein Titel mehr Äh, die Art ich hab Malzowl getestabt Ok, also wo eigentlich Monzer Gangler Warum Flame eigentlich immer alle Leute gegen Gangler? Kommst du weg? Weil der Gangler nie da ist, wenn man den braucht Komm, hol ihn die, er schaffst du nicht Komm, 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 komm Schaffst du komm, hol die Malzer, er geht auf den Top Malzer kommt auf den Top Lebst du doch? Ja So gerade eben, ne? Bring weg, der Malzer kommt Der Timo wirst wissen Ah, K6 ist da beim Blue, ich kann nicht helfen, das ist das Problem Ja, ich komm zum K6 Hau ich mal low Na, so kommt auch noch Der Malzer hat seine, er hat seinen Creep geschickt Ehh Jedenfalls beim Blue Der Blue ist dann Shaco ran, Shaco ran, Shaco ran Komm, 3 gegen 2, es schafft ihr da oben, oder? Gumpage Boah Leute, dieser Jump ist so fäh Was macht ihr denn da, wieso kriegt ihr den in dem Nasus nicht down? Komm, ich krieg Ich krieg ihn Siehst du? Ich krieg ihn, oh shit On my way, on my way Hier ist ein Ding Leute Hallo? Leute Ähm, wir können die jetzt töten Danke Alex Ah, kümmer, ich weiß Ich flash Okay? Warte, 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 warte jetzt Ja, wir haben ihn meistens down bekommen Ja, wir haben ihn meistens down bekommen Wenn der Tower weg ist, dann können sie da rein fallen Wenn der Tower weg ist, dann können sie da rein fallen Hier, das ganze, mach Ich hab grad aber noch kein Zeug geflogen Gut, aber Komm, 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 den musst du bekommen Der an seinen scheiß Tower macht so viel Schaden am eh Ja, das ist ehrlich, das war Das ist der Tower Ja, das ist ehrlich, das war Das ist der Tower Hey, Nase, du hast gefehlt Ach, komm schon Ich geh da mal nach Süßen Ich will fahren mit der Okay, ich geh Für eine gute Nase Für eine gute Nase Für eine gute Nase Haben wenigstens mal diesen Scheiß genommen Lalalalalalalalalalalala Kazix Da hättest du nicht flaschen müssen Ach, ne Ich weiß Ah, Kazix geht zu deinem Red, Jaco Der ist doch top gegangen Der Kazix Der Kuss Da kommt man dich doch verarscht vor Tick Der Makers, what Pass auf NAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL Wer ist dann den Timo, den Timo ist dann Wir kriegen die Ein checkt, wir kommen ja wir kriegen die Meister Oh, ich hab keinen Mata mehr Ah, verdammt Cut, tick, Gott Renn, 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 renn! Ah, schade Er war am Busch Dann ist er neu identifiziert worden Hätte ich meiner gehabt, wäre der Timo tot gewesen Hat von der Rakete nicht genug Hast du jetzt gleich genug? Ja, von der Rakete habe ich jetzt genug Aber ich muss hier unten auch verteidigen, das ist das Problem Na, das ist hallo Hau die Tower, du schaffst die noch! Hau die Tower! Und Hätte noch 180 viel Leben gehabt Ja, hold out, du hättest auf dich drauf Ist auch so schlauer Pass auf, hier kommen zwei gegen Ja, aber die sind eigentlich, als der Timo frisch war Jetzt greift, jetzt greift die Puppe nicht Ja, ich echo, der KDX verfolgt dich, glaube ich Na, so ist da kein Ultim So, ich komme in meinen ADC Heilig Das ist ja grad den Knaback So drauf Team, da kommt ein Pilz Na, irgendwo ist ja auch noch ein Pilz da Egal Und Anna könnte die gebrauchen Dein Nasus ist ja so Wir haben übrigens viel gewaldet, wollte ich mal so euch nochmal sagen Wir müssen ja eigentlich jetzt alle botlanen Wir pushen grad hier So, klar Weil ich muss einen Outerattack machen Ja, wie kann meine Mein T4 eigentlich Tau, äh, Tauern zu stellen Wieso, mit 6 bin ich tausendmal besser? Ja Tauern stirbt auf jeden Fall, das ist schon mal gut Tauern stirbt auf jeden Fall, das ist schon mal gut Vorsicht! Ach Mist Hinter uns, hinter uns Lalalalalalalala Er will mich, er will mich Komm mal, einer Ich pushe weiter Malza geht mit Malza geht mit Malza geht mit Malza geht mit Oh Gott Nicht, aber ist kein Problem Ach, kommt der Malza herher da oben Wenn die Nasus... Ja, war der Pilz Ich musste irgendwann ja doch Könnt die Nasus irgendwie abhalten Das von Backfall Ich hab keinen Mana mehr, ich muss back Uuuuuaah Uuuuuaah Alter, kommst du weg? Kommst du weg? Kommst du weg? Gut Ich sollte mir mal Schuhe kaufen YOLO So, Top ist jetzt durchgebrochen Gott, ja Vorsicht Ja Warte Äh, Jax, du könntest probieren Die, äh, die Mitte mit der Appern Äh, die Mitte mit der Appern Nein Warte 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 Nein Der Gegner hat einen Turm zerstört Springt der gleich Stop, mit Nasus da oben Warte mal schnell hier, warte mal hier Warum? Hi Nasus, hi Ich hätte so ne Ulti auf den Dings da machen können Auf den K6 Die kommt hier zu spät Äh, Jax Ich spring mal auf die Nase, ich hab ne Ulti und kann Ich brauch auch ne Ulti, wenn du noch brauchst Ja, ich schell Feuert sie auf den Nasus Ich weiß nicht, wohin dahinter denn Da, da, da Dahin Oder, nee, dahin Ja, ich hab Den oberen genommen jetzt, aber schade War einfach zu schwer drin Ich kann nicht mehr folgen War ein schöner Skillchecko Es gibt kein PS Leben, es gibt nur Killsates Aus Aber die Dots machen ja gar keinen Schaden Ich meine, was? Der Doktor von oben macht keinen Schaden Meinst du unsere q? Nein Eh Timo von dem ihn nicht wluhluhluhluhluhluhluhluhluhluhluhluhluh Applethian weg. Ich helf dich Ne. shmm этом Hab den getそう Sm iPad Alex, wusstest du dass man eigentlich geht mit Malta AD dass er den Viecher stärker wird Ja, mach ja nicht. Nää, shmm tüt du dich einfach Fruchtgar Except ce ähm, Jack, wenn du kannst, spring auf Malta, aber jetzt spring weg, spring weg Wieso? Weil der Nasus grad inzutieren wollte und der Nasus grad nicht so schwach ist Der Nasus ist schon 144er, mit 2000er Fahrt macht er 20 tot fit Ist dann den Hammerdinger, wenn du kannst? Ich würde sagen Mensch, ich ist zu weit Spring zu Wawa! Oder mach das Wawa Alles gut Brenner, weiter Komm, easy weg Ich bin fast wieder da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, wir können die hauen Weg zu Stau Ach, da war ein Glühbirweg Ja, ulti, bam! Ne? Der erste Barriere Ha, 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 ha Hihihihi Soll Das freut sich aber für Das ist bei Jere, war so schön Na, ruhig willst du jetzt hier, komm Oh mein Oh, shit Alec? Warum geht nicht hier echt so ein Timo? Weißt du, ein Timo? Ja und? Hast du Ulti? Nein, leider nicht Ja, wenn der jetzt noch einen Pilz hat Wenn der jetzt noch einen Pilz hat, dann bin ich tot, was soll ich machen? Okay, ich bin fertig Naja, stopp! Chaco-Turtle-D Wawa-Giii- Ich wird da Gucken Hier sind wir da, da, da oder da oder da Da ist er Ja, das wäre geil Ja, das wäre geil Das wäre geil Hier deine E Hier deine E Da deine W Ich glaube hier oder den nächsten Busch Ah, da unten ist er Executen Executen Du, ist vom Alzarher wechseln, bin ich tot Der kann nicht mehr Ah, easy Easy, locker Nein, warum wollte ich da rein? Ich tipp Haben wir jetzt den Timo eigentlich gekillt, oder nicht? Nein, nein, er wurde executet Okay Okay Er kommt, diese Runde gewinnen wir Nackt her und starb Also im Teamfight sahen wir besser aus gerade als die Ich muss auch tankiger werden, dann klappt das schon Ich bräuchte hier Hilfe, weil der Katzix... Ich hab 101 AP, das ist gar nichts Da hab ich 800, wenn ich mein altes Set spiele Okay, Katzix kommt nicht Ist das auch gut? Ist mir egal Er hat keinen Bock mehr auf dich Ähm, Jax, komm mal gleich zu mir, okay Dann halte ich dich, koste wieder 6, koste Plus Wir können Mitte pushen Nein, ich bin weg, ich bin weg 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 Ich bin tot Bin ich nicht Oh Scheiße Da ist noch ein Heimer Da kam grad ein Blendfeier, schön an Gut, ne? Hm, hi Timo, du kriegst mir nicht vom Weg 6 spring auf uns dann ihn weg 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 das ist für meine Schuhe Abstand ja ich hab Schuhe mein einzigste Magie durchsuchen in diesem Bild meine Schuhe hol dir doch noch die Maske der andere sein bringt mir nix wenn ich äh generell doppelt so viel Schaden raushaue äh als wenn ich im Kopf kann keiner von sich hin ja was Problem sich lässt ist wenn er sich fahren ich werde jetzt Topf bleiben wieder bei uns kam für sich das schlecht nein ich verstritten hat ihn geschoben nein er muss dann durch meine Bomben wieder zurück oder er macht so ihr dürft ihn nicht wegschmeißen wenn er da in der Falle steht ich hatte Flash ja gut du hast mir keinen Penta gegeben was du hast mir keinen Penta gegeben nein wir haben ihm keinen Penta gegeben ich glaube ich werde ihn gerade ganz in Zeit ich weiß nicht Check ich mich da hinstellen er wird hier hinspringen weil er kann nicht außenrum gehen Timo down oh nein Hey! Gib mir den Timo an! Ulti! Wo ist wieder Timo? Ja, Botland Chaco! Hey, da ist ein Ward von denen, das bleibt mir echt! Die sind hier im Gebüsch! Echt? Meinst du? Haben die da gewardet! Jo, da sind sie! Irgendwas ist es auf jeden Fall! Wahrscheinlich nur ein Tower oder so, ja! Komm zu mir! Ah, die sind wieder oben! Zumindest einer von denen! Nein! Hier! Verkehrte Richtung! Ach, stimmt, dass er da nicht steuern, wo sie hinfliegen! Aber wo hast du einen gefunden? Lalalala! Ich würde immer lalalala fernig stehen! Das ist der falsche Guy! Jetzt ist er glaube ich noch! Ach, das war aber! Ne, da würde ich helfen! Ja! Ich habe keinen Schöner in! Aber der Power hittet mich! Mann! Ich habe ihn voll langsam! Los! Komm! rot! Ne, 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 jungs, 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 jungs! Ich schläg's, ich schläge, schläge. Jax! Jax! Hab kein Mana! Nein! Ich fahr grad am Flash und dann BÄM. Egal. Chaco! Wir halten ja nur hin, wir wollen ja mit viel mehr RP bekommen. Äh, RP. Jax! Ja, das ist vierfach Toto. Ja, da ist der Timo! Hol den den Winter! Ja, ich krieg den nicht mehr, ich würde lieber pushen. Center ist mir egal geworden. Das kann genug. Nein, Pilz! Ich muss mich irgendwo dran rollen! Gib mir irgendwas, gib mir irgendwas, gib mir irgendwas! Ich hab kein Mana, ich konnte nicht... Wawa, gehst du back? Was, back? Ne, ich hab noch Heiltränke. Ja, aber... Ja, aber... Da ist übrigens gepilztet. Ja, kann ja. Ist doch kein Problem. Stopp, stopp. 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 Hör mal auf hier, um solche Lügen zu erzählen. Ich warte auf meine Ulti. Ja, ja. Fein. Tick. Oh, schade. Ich hau ab. Tschüss. Ciao. Willst du Red haben? Ich geb dir Red. Ähm, ich hau ab. Tschüss. Ich hab grad voll Bock auf Bulletten. Ich hab grad voll Bock auf Bulletten. Komm, Spritz. Bruder. Ich bin auf welchen Kühlschrank, wenn du willst. Bruder. Ja, gerne. Komm her, komm. Komm, komm, komm. Ist alles gut, ich bin hier. Kommst du dir? Vielleicht ich mich jetzt kurz über die Wand. Nuuuuuuu. Machst du denn da hinten alleine? Ja, dass ich immer nie ein Team spielen könnte, ne? Lalalala, Timo. Äh, der Nase ist in der Mitte. Komm, hol dir kurz Red, komm. Äh, der Timo ist da. Ich kann nichts machen. Äh, der Timo ist da. Ich kann nichts machen. Der Tick ist auch noch da. Ein, eine Bombe in die Fresse. Lalalala, toll. Och, Leute. Lass euch doch nicht so töten, Mensch. Wenn der Timo um ist, der mal ist nämlich krass. Der hat sich drauf gesprungen und der kann man nichts tun. Ich weiß nicht, dass von oben jemand kommt. Ja, da kommt immer Leute. Ich mag die dadurch nicht mehr. Ah, der hat nicht genug, Gott. Ah, komm. Jack, du schaffst das. Zeig ihn, dass du es kannst. Ich nein, wenn du hast. Ach, das ist ein halber Ding aus. Das ist Timo. Lauf, Jack, du bist tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, vier Leute. Ihr könnt pushen. Ihr hättet pushen. Ihr nehmt Wraith oder so. Die machen, glaub ich. Boah, hol die doch mal Six. Ich glaub, er war ein schöner Champion für dich. Er macht auch, äh, schönen Fischer nach Abond. Die machen, glaub ich, Baron der Nascha. Wir werden nicht Baron machen. Das glaub ich nicht. Kann ich Blue haben? Nein. Hier ist kein Blue da. Der Nasus hat keine Mana. Der Nasus hat keine Mana. Der Nasus hat keine Mana. Der kann nur ein Gru machen. Ich hab welche gefunden. Habe. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefehlt. Alalalala. Warum hast du dir deine Position verraten? C'mon. Jetzt chasen die dich. Wollt warten und wir... Wawa, geh back, geh. Geh das schnell weg. Wir kriegen dich nicht. Wo war ich? Ich kill jetzt den komischen Kerl hier. ja ich habe genau zwei Leute ich habe genau 2.000 Leben juhu und 1.500 Mana ja du kannst es umlocken ne lock dich um schade ich habe genau 2.000 Leben und 1.500 Mana yeah Alex macht's danach noch ne Runde ja hab ich gesehen Alex ist gestorpt ich komme ich habe auch zu erledigen so einfach so gut ja bloß wenn ich meine zweite Pilze läuft aber auch nicht so schön das glaube ich auch gehen er sagt mir das wird es mir werden das wird da ist es so nicht was das war Niohme und die Kunde zu tun das ist eine Regel auch gerne euch mehr was ist ein Klinik der angesprungen kommt das neue Dollar tot das ist für Prozent und Randoin's geht und er war eine Klinik ist und schon nicht äh, der Jack wird auf, äh, auf Angriffstempo Nö, das ist ich, genau Aber ich würde mir empfehlen, du holst die Kommando-Banner, hast noch ein bisschen mehr AP dazu und, äh, machst die Verbündeten Champions von dir, äh, 50% mehr AD Das ist, äh, da kriegst du die Farmbot Das ist nicht gut Versuchen wir zu kill? Hat jemand was dagegen, wenn ich Slip-Pushe auf der Top? Ey, Tino liegt als Pilze Easter Eggs Du bist tot, dass ich, äh, Six Ich? Ja Uh, kommt der was? Uh, kommt der was, ins Zimmer Hab ich doch gesagt Ich kommen Da war schon auf die Zahl der spectischeем chamado Rangeli, die Variante kam von awesome die Rentie Data Director Timo ist fast da Ich kriege den Timo, wenn ich will Okay, jetzt krieg' ich nicht Äh, ja, ich sprich auf den Timo, quilte und renne weg Wie, irgendwie… Sprich auf den Malza, dann stand er dicht und dann bist du tot. Du bist jetzt 3,4 mal tot. Du musst einfach nur rennen, jetzt. Ich mach's ja. Ich dachte, 3-Einigkeit wär gut, du könntest dich annehmen. Der kommt ja auch noch vorbei, ne? Jetzt bist du tot. Egal, jetzt kann ich... Oh, nein! Mann, ey. Wäre der Heimer nicht gekommen, hätte ich überlebt. Ähm, ist der Heimer noch da? Nie, oder? Ja, voll. Ja, weil wir das nicht für ein Ulti schnell noch machen können. Nasus tut's hier schön stacken, ich kann es nicht mehr machen. Der, äh, der... Liebe K6 ist extrem low. Alex, du wirst glauben, dass du siehst. Macht ja nix. Ich komme, Bro. Äh, Nasus gegen Drake, gegen Drake, gegen Drake. Ne, die gehen hier oben, defen. Ja, aber Nasus gegen Drake macht mich nicht so lange. Shit! Da rüber war. Du bist doch mal her! Dlaun, flauen, 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 flauen! Oh, fuck! Wir haben Drake. Äh, wir sollten uns mal so ein gutes Teambild überlegen. Ich hol mir die Lede und ich hol mir Zerkos, für kein Lebensraum. Achso. Okay, danke. Wirst du das gemein nicht? Weil dir ist besser. Ey, wirst du das extreme gemeint? Du müsst euch einen Blitzkrank vorstellen, einen Showguard und ein Belkos und ein Yasuo. Alle, alle können hochschmeißen. Und dann kann Yasuo immer seine Ulti im Teamfight machen. Ne, weißt du was? Was denn? Silian, Kylie und Yasuo. Erstmal Ulti von Kylie, tötet schon mal zwei Leute. Dann stirbt er von Silian Ulti, ist er wieder full life. Und dann ist die anderen zwei rum. Hier ist Timo, ich tue mal Filze zu. Was allerdings auch noch geil ist, Katharina, Silian, Katos. Katharina springt rein, macht Ulti. Silian hat vorher Katharina die Ulti gegeben. Ich bin da drauf. Ah, es w�� mich. Kalas macht auf Release. Mit profile hat errifft auch ein Teil von einer situation lang. 忽abiltech, in der Statsprache in demuten bloodieren. 枝 Ltd. sieht aus. Bis da hat ergesstättet, was weiß ich es auch sehr gut. Ja, alright. Allmie von Agrar-Gumsetzern. Selbst Entrepreneursform. Ich bin auch noch viele Jahre alt genug. Nichts nicht unsere Kommplaatoren. Allejoyline ich bin, graduates. Mein Merci Koffer von prominent GmbG육ersokolハハ Tag, offerings. Der kann alle schon one-hit! Der kann alle weniger schon one-hit! Der kann alle weniger schon one-hit! Was macht das? Ja, er ist doch der Kitz mit der Kitz! Ich bin auch weg! Ich hasse ich! Lass bei mir bleiben! Luka kommt wieder! Ich habe nicht zuhören! Ich habe nicht zuhören! Die Tau halte aber was aus! Deco-Flu! Ich glaube, ich soll das vor dich gehen! Nades von hinten! Nades von hinten! Nades kommt von da! Ja, na, also lernen! Ja, dann gehen wir hier zurück! Geht jetzt ja! Pack tiefer dann! Ich habe eine Ulti! Krieg eine Heimatwinger! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Ich hole ihn zurück! Schau'n zurück! Einfach nur Schade aufmachen! Schau'n zurück! Wer denn soll ich heilen? Mich auch nicht heilen! Ich bin fast noch full live! Schau'n zurück! Finde ich mal ganz schön, dass er aus dem Teamfight gekommen wird! Komm, Tower! Ah, geil! Okay, wir können pushen, 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 pushen! Sieht! 6 Sekunden bis K6! Aber er kann alleiniges machen, also... Ja! Schatz'n nicht! Jack, stun ihn, wir haben ihn in einer Setdown! Ne, ich stun ihn! Lass da! Ja, ich lass'n! Boah! Ich glaube ich... It's a secret! Boah, wow, war geil! Heal mich mal! Alle back, alle back, alle back! Heal mich mal! Heal mich mal! Heal mich doch jetzt! Danke euch! Jetzt können die back gehen! Die kommen, die kommen, die kommen! Ah, slow! Abhauen! Boah, ich bin der Beste, Alter! Ich komm, dass du mich mit meiner W wegsprungen! Lass mich! Lass mich! Du wartest schon ein! Und ich konnte... Ich geb dir dann auch das Geld, das weißt du schon! Ja, ich... Nein, ich... Bei Jungle Creek, bei Jungle Creek gilt das nicht! So, okay, weg hier! So! Okay! Oh, ich vergesse voll, dass ich Homeless Puts hab! So! So, was ist das Nächste? Okay, bin fertig! Lalalala... Mach Schade an Timo! Ich kill ihn dann mit meiner Ulti! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist Nasus! Schieß deine Ulti! Los! Schnell! Der wird zu mir leben! Nee, glaub ich nicht, oder? Ich bin jetzt einfach Jolo-mäßig! Einmal ding ja schonmal nicht in der Nähe! Das ist schonmal gut! Sieht man daran... Doch, da! Da unten! Da unten zählt nicht! Ah, Pilze! Lass mich vorlaufen! Lass mich vorlaufen! Ich laufe durch alle Pilze durch! Nein, lass mich laufen! Kommt alle hinter mir her! Da war einer! Schrooms! Denk ich doch nicht vor! Dragon! Hier! Timo! Timo ist mir doch egal, ich mach jetzt erst mal Dragon! So viel Zeit muss sein! Doch, doch! So, jetzt können wir hier irgendeinen Scheiß machen! Dazu war ich mir den da! Ich habe Timo gefokust! Das fegen wir mal! Boah, aber die schaffst du! Wenn ich halt dich einfach schon an Quieft in die Gangeln hoch! Möchtest du Timo noch? Ne, der kann nicht überall sein! Timo, hier! Hier, hier, hier! Hier! Und, zack! Oder da! Pushti! 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 Ne, oder? Ach, die sind denn schlau! Ey, die sind denn im Staunen! Ich mag wirklich eine neue Waffe! Jetzt bekommt, glaube ich, gerade ein Link, der Pushti! Der Pushti! Der Pushti! Ne, der Pushti! Das macht mich halt fertig, ne? Das ist ein Problem. Nick hat sich das Bot in Richtung Bot gegangen für dich. Ja, deswegen sag ich ja. Okay, Toad, bist du. Nein, Spaß. Ja, wow, aber hat Spaß gemacht mit dir. Oh, ich glaube, Leute... Alter! Minions enden... Hier, guckt mal! Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab das genau auf Kamera, wie der eine Turm kaputt ging. Ey, wir sind die Besten. Wunderbar. Wir gewinnen, oh, dass wir es wissen. Das ist geil, ne? Ich pushe jetzt einfach Toad, egal ob ich sterbe oder nicht. Dann sind wir auch so Secret to win. Ey, am besten wär's, wenn zwei von uns in den Jungle gehen, sich da gut verstecken. Und dann... Und er sagt, Shaco, du gehst jetzt da hin und gehst nach oben in den Tiefeld anzetteln und pusht den Nexus down. Komm, Shaco. Shaco, lau. Lass euch jetzt nicht alle killen, dann wäre das ein Verschenkel. Ich weiß, was jetzt. Dix, du Behinderter, lauf jetzt! Ich bin nicht, ich bin nicht. Ich kann nur... Jax, renn. Renn, Jax, renn. Du bist schneller als er. Nein, der Flash. Du bist tot. Wo soll ich hingehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich strebe mich schon ein bisschen. Ah, da ist er. Lauf jetzt, verdammt nochmal. Wig... Ah, ja, okay. Ich dachte, ich hätte ihn verhalten können. Scheiße. Ich krieg ihn kein Wigster, aber. Ach, ihr seid alle tot. Oh Gott. Ach. Hm. Hab ich gar nicht bemerkt. Jetzt komm da weg. Ich bin gut. Ich bin nicht mehr bei dir. Okay. Ah. Wann haben wir eigentlich deren Indie gemacht? Ne. Ach, ja. Ja, hab ich mir gerade aufgefallen. Der ist wieder da. Naja, der ist... Wer da ist, das hab ich gesehen. Wieso aufpassen, dass sie den Barrow machen? Ich hab mehr gut zu und Magic Resist als Nasus. Ich bin stolz auf ihn. Sind alle mit? Ich hab nur die besten Absichten. Du bist gestannt. Fuck. Ja, weil der... Der ist tot, oder? Habt ihr ihn, habt ihr ihn, habt ihr ihn? Lauf weiter. Oh, Pief ist schon da. Ich weck mich ja nur was einem... Ich komm weg, ich komm weg. Hey. 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 Boah, warte deine E. Werf deine E und mach deine... Bazuke an. Mach deine Bazuke an. Mach deine Bazuke an. Geht ab hinter mir. Oh, das war's. Hi, Koppel. Werd hier. GG. Da kann man mit einem Jungs fliegt hier. Einfach weiter drückpushen. Da steht kein Dauer mehr. Einfach durch. Nur noch den Hibi, aber den schafft ihr. Ja, Indie und dein Nexus. Fertig. Ja. Aber warte doch mal ein bisschen. Ich will, dass es geil aussieht und meine Ulti rauffeuern. Nein. Wir pushen einfach komplett durch. Okay. Scheißegal. Indie müssen wir vorher schon machen, ne? Das ist Zeug klar. Jako. Jako will sterben. Ey, wenn da jetzt noch ein Pilz wär und eigentlich gestorben wär, das wär so lustig gewesen. Ja. Es wird da reingegangen. Es wird da reingegangen. Es wird du tot. Schön gewonnen. Tschüss. 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 Tschüss.